Guten Morgen, mit mir Filsa. Heute lernen wir werden Deutsch. Aber ich möchte ein Gespfer führen. Lass uns beginnen. Guten Morgen, mit Ihnen für Sellen. Mein Name ist Tia. Ich komme aus Bali. Ich bin ein Fotograf. Sohn dich, ganz Lernen. Guten Morgen, guten Morgen. Willkommen in unserem Geschäft. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Ich bin ein Kilo. Ja, ich bin ein Kilo. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Wow, es ist so brillig. Hier ist der Skel. Danke mein Herr. Ich bin ein Kilo. Hier ist es nicht so gut. Oh, es ist das nicht so gut. Das ist das nicht so gut. Vielen Dank.